Hol dir die Minigun von der mobilen Waffenkammer. Willkommen zurück. Taylor, hör mir zu! Du kannst ihm sofort ein Ende machen! Ja, weißt du, was mit dir passiert? Ich weiß, dass du mich hören kannst. Du kannst dagegen ankämpfen! Und du hast noch eine Menge vor dir. Was da mit dir passiert, das liegt an deinem DNI! Rex, kommen! Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Du musst nicht der Böse sein, Taylor! Es ist noch nicht zu spät! Du warst bei Sarah Hall, als sie starb. Ich weiß, was du gesehen hast. Auch dort. Raketen-Warnflug! Richtig. Ich war bei Hall, als sie gestorben ist. Ich weiß, was sie gesehen hat. Ich weiß auch, dass es nicht real war. Nicht nur davon! Die Uhr tickt, Neuling. Es bleibt nur noch eins zu tun. Du kennst mich. Du kannst mir vertrauen. Es ist nicht zu spät, es zu beenden. Manchmal muss man einfach loslassen. Manchmal muss man einfach loslassen. Manchmal muss man einfach loslassen. Nein! Cain! Sitze fest! Cain! Cain! Hendricks! Taylor! Du bist verwirrt! Da ist etwas in dir. Es kontrolliert dich! Ich weiß. Es wächst. Es will. Jeden. Du kannst dagegen ankämpfen, Taylor. Na los! Ich muss ihn loswerden. Ist okay. Ist okay. Geschafft. Das war's. Wir sind sicher. Nicht sicher ist da. Du, Hendrix. Nein! Hendrix, was zum Teufel wird das? Das war's. Dias, Maretti, Hall. Und nun Taylor. Alle tot. Lagebericht. Ist Taylor gesichert? Er ist tot! Hendrix hat ihn getötet! Okay. Du hast, was du wolltest. Hendrix! Wo gehst du hin? Stell dir einen vereisten Wald vor. Haltet durch. Bin auf dem Weg. Habt keine Sorge. Wir holen euch da raus. Hendrix ist verschwunden. Ich bin schwer verletzt. Du musst mir helfen, Cain. Bring mich zurück in den Kampf. Ich muss Hendrix aufhalten. Um jeden Preis. Wenn du das durchziehst. Wenn du das durchziehst. Bin ich nicht dabei. Das ist der einzige Weg. Es wird dich verändern. Schneller als du glaubst. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun. Dann. Der alte Leben. Wird verblassen. So bin ich halt, Rachel. Vergiss mich nicht. Vergiss nicht, wer du mal warst. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft!